hey ho meine lieben vom rumpsteak zum braten ja genau das machen wir heute aus einem rumpsteak einen braten ja dazu gibt schöne beilagen mit nödel soße etc pp und die wird uns kommen sie mal näher die manu machen also nödelchen und co und warum zeigst du mir dahinten schon wieder die faust willst du mithelfen ok und gehen wir rüber in die kleine aber feine küche wo ich mit den braten anfangen so leute da haben wir das rumpsteak wie bin ich mal wieder auf so eine bekloppte idee gekommen keine ahnung einfach so ich wollte einfach mal wieder was machen was sonst war höchstwahrscheinlich keiner macht darum habe ich mich dazu entschlossen relativ dick und das kann man jetzt natürlich zum knödel oder so wie ich mache ich werde einen rollbraten daraus machen gewürzt wieder mit dem spießbraten gewürz von messner gewürze dann wird gefüllt mit bacon paar maronen ich habe jetzt hier so eine schächterle mit geschälten und gegarten maronen mir geholt da werde ich ein paar klein schnippeln davon die kommen damit rein dann in die füllung der bacon wird angebrutzelt zwiebel noch dazu irgendwo hier unten versteckt zwiebelchen ja hier und bacon zwiebel und maronen kommt hinterher was uns jetzt interessiert ist ne schatz spatzel was denn nun schatz du musst mit der füllung anfangen kann ich gerne machen ja dann legen wir nämlich noch mal dieses wunderschöne rumpsteak rumpsteak auf die seite und dann lasse ich nämlich mein spatz die zwiebel schälen mit dem bacon anbrutzeln und ein paar maronen klein herächseln und das ganze kommt dann nämlich schnell in die pfanne oder in einen topf wo das ganze schnell angebraten wird dass das nämlich auch wieder abkühlen kann jetzt hätte ich fast falsch angefangen gut machen wir ganz einfach ich weiß das steak einfach noch mal ganz kurz in den kühlschrank bis wir unsere füllung fertig haben und dann geht es erst mit dem hier weiter bitteschön dein part dankeschön tja jetzt stehen wir doch zu zweit hier zwiebel klein häckseln ich mache dabei die maronen und den bacon etwas kleiner hier bist du mit der zwiebel schnell als ich mit dem maronen oder was ach ne das war erst die halbe tja so sieht unsere füllung jetzt aus die maronen haben wir jetzt ganz zum schluss runter untergerührt die müssen ja nicht mehr viel angebrutzelt werden die sind ja soweit fertig das kommt jetzt nachher wenn es ein bisschen abgekühlt ist noch in die schüssel rein und jetzt können wir endlich mit dem rump steak weitermachen was ich auf alle fälle weg schnippelt ist hier diese fett schicht möchte ich jetzt nicht im braten dann haben jetzt werde ich gucken dass ich die nach möglichkeit ohne fleisch weg krieg mache ich schnell ohne video fertig und dann sehen wir uns wieder so das gemetzel des grauens ist vollendet jetzt schaue ich dass ich mir das rump steak schön der hälfte nach aufschneide ja bis zum zirka finger dick und dass ich es dann aufklappen kann so dann gucken wir mal hier jetzt muss ich mir tatsächlich meine brille aufsetzen und zum schluss klöppel ich das ganze noch ein bisschen flacher so bestimmt wird sich jetzt der eine oder andere denken warum hat er ein kleiner rouladen fleisch genommen ja dann hätte ich rouladen fleisch und kein rump steak ganz einfach das ganze tun wir jetzt mit dem spießbratengewürz bestreuen ich wollte halt mal wieder was machen ja was nicht so gewöhnlich ist die andere seite auch noch ein bisschen das ist jetzt die innenseite fertig schnürchen braucht man natürlich nachher auch noch breite vom spieß gute macke haut sehr gut hin ja dann kommen wir gleich zu unserer füllung hier ein läffelchen ein leichte anhäufung von füllung in der mitte wenn das nicht schon wieder zu viel füllung war naja schauen wir mal so soll ich jetzt die ränder hochklappen oder nicht und dann müssen wir bloß noch schnürzen ähm nein aufschließen und dann müssen wir bloß noch schnürzen aufschließen ich fahre hier einmal unten rein mache hier einen schönen Knoten hinein ich hoffe dass das jetzt wieder so schön funktioniert wie das letzte Mal na komm mal ziehen wir den faden hier einmal durch wenn man aufpasst dann hat man die schnur auch auf einer linie wenn es unbedingt sein muss mir ist das relativ wurscht wenn ich dann nicht ganz so aufpasse ob das der auf einer linie ist ist es natürlich wesentlich einfacher so so jetzt schau ich dass ich den da noch einmal unten durch ziehe oder mit der drüben einfach verschnüre dass der faden sich nicht löst und nicht rumschlabbert leg mal dein fingerchen da drauf bitte ne ne die fingerspitze dankeschön ja so dran geändert. Es ist wahrscheinlich immer noch das Gepopel hier durchzukommen. So, es war ein rechtes halbwegs Gepopel. Es wird wahrscheinlich auch sehr viel von dem Fett wieder austreten. Na ja, da haben wir die Reste. Egal! Ab in die Heißluftfritteuse damit. So, darin dreht er sich jetzt bei 170 Grad. Habe ich jetzt mal ausgewählt und ich lasse ihn jetzt einfach mal drehen und nachher messen wir mal die Kerntemperatur und gucken, wie das ganze Ding aussieht. Ja, und in der Zwischenzeit fangen wir dann schon mal mit dem Knödeln und dem Zeug an. Becken von dem Brett hin? Wo ist der Becken hin? Ich muss mal aufhören. Ich drehe mich um, wollte Becken naschen. Leute, weg ist er. Komplett weg. Bevor jetzt der Verraten hier noch etwas dunkler wird, durch ist er definitiv schon. Hauruck. Ja, ist ein Mini-Braten, aber der wird definitiv heute noch aufgegessen. Ja, Klappe zu, Affe tot. So, und wo ist meine Zange? Da ist meine Zange. Kann man sogar so anlangen. Zumindest fast. Ruhe jetzt da hinten. Fällt sie es. 100 Pro schreiben die mir gerade. Und hier haben wir so weit unseren Mini-Braten und den können wir jetzt dann eigentlich in drei Stücke schneiden. Kein Messer mehr hier. Oder auch in vier Stückchen. Schaut euch das an. Also wenn das nicht lecker aussieht, dann weiß ich auch nicht. Yummy. Ja, und jetzt fehlen bloß noch die Teller mit den Knödelchen und der Soße und dann können wir essen. So, meine Lieben, da ist jetzt mein Tellerchen. Dann werde ich hier mal gucken, dass ich die Schnur finde von dem Braten. Zack, 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 zack. Ha, ich Glückspilz mit einmal die komplette Schnur weg. Tja, und dann gucken wir doch mal, ob das Ganze so lecker schmeckt wie gewünscht. Tja, und gleich mal ab in den Hals. Also ich hoffe jetzt wirklich, dass das schmeckt. Die wohlgeiste Art, um Rumpsteak zu machen. Und ihr habt es ja gesehen, ich habe vier Knödelchen. Und dazu wieder Leckergurkensalat. Und jetzt gehe ich zum Essen am Tisch. Lecker war es. Richtig lecker. Definitiv. Richtig, richtig lecker. Alina? Und, wie war es? Lecker. Lecker. Nach Holbedarf auf jeden Fall. Ja. Ja. Hast du schön gemacht, mein Schatz. Danke. Und du den Rest auch. Eine herrliche Soße gezaubert, den Gurkensalat dazu gebastelt. Und ja, schnell die Knödelchen geformt. Genau. Perfekte Essen, schnelles Essen, einfaches Essen. In der Heißluftfritte bei 170 Grad war es vielleicht eine halbe Stunde drin, dann war es durch. Ja. War es fertig. Man hätte mit der Temperatur ein bisschen runtergehen können, aber ja, ich wollte so ungefähr so mich an die Grilltemperaturen halten damit. Deswegen bin ich da gleich auf 170 Grad gegangen und ich muss sagen, es war eigentlich kein Fehler. Ne? Hervorragend. Ja. Ha. Schön knusprig draußen. Ja. Richtig lecker. Haben wir, glaube ich, schon mal gesagt, richtig lecker, gell? Schon das dritte Mal jetzt, aber ja. Richtig lecker war es. Ja. Viertes Mal. Ja. Also Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Ich sage, ciao, ikowski. Bis denne.